und da oben war doch noch was ich denke mal wir müssen dorthin wo die runen an der tür sehr gut das kann ich gut gebrauchen schau an ok das soll nun mal diese tür ist wieder gesichert aber es ist diesmal kein kein ding runen magie versperrt finde und breche das siegel aber ich glaube das ist jetzt ein ganzer raum der mit guten schätzen bestückt ist hoffe ich mal ok und wird immer runter hat feiner hätte ich drauf gehauen das hätte in die hose gehen können hier geht es weiter da ist auch der seelenfresser ok dann wieder ab nach oben moment ich habe doch da noch eins gesehen vorher jetzt habe ich noch einen oder reo gehen wir aus dem weg man wo ist das letzte ein symbol fehlt mir noch das ist ziemlich weit oben irgendwo ich kann müssen kann man das nur wieder sehen von irgendeinem punkt aus nur ist irgendwo unten wo könnte es sein irgendwo hier muss die rune sein aber wo wo nur die letzte rune kann doch nicht so gut versteckt sein oder vielleicht schon das ist sie einfach da unten jetzt habe ich schon gedacht ich habe sie gefunden aber das ist ja die tür selber aber was ist das da oben bringt nix wo könnte die letzte rune sein ich würde das gefühl nicht los dass sie da oben ist ich will in diesen raum er so nicht feldspalte oder so also der andere der eine stein war hier wo könnte der andere sein glaubt nicht dass er da drinnen ist er müsste hier in diesem raum sein ich glaube nicht dass der da beim seelenfresser drinnen doch der ist da beim seelenfresser sogar krass so einfach gleich ok ich habe echt um die ecke gedacht da ist der ring an der abgetrennten hand an dem seelenfresser tja jetzt wissen wir was an pari zugestoßen ist wir können es frock sagen wir müssen nicht kämpfen oder doch wir kämpfen gegen ihn aber warum weil du angst vor ihm hast weil du angst vor ihm hast bekämpfe deine angst naja gut aber wir kommen hier gar nicht durch ne ah wie es aussieht komme ich auch wahrscheinlich ah nein nicht schon wieder das ist der verdammte Nachbar ich gehe mir echt auf den Zeiger ach ach zack 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 du kannst gehen du kannst gehen Koppels das war ein gebetter bämpf 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 linke Seite bämpf da lädt sich wieder auf nicht mit mir oh lag das hier auf nein 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 was nimmst nimmst du nimmst nimmst und zeigte sie sind nicht erledigt Der ist scheiß Nackenbar kaputt. Erlehne. Alter. Hä? Wo ist er hin? Okay. Alle erledigt. Und keiner hat was liegen lassen. Wie unfair. Na gut, dann muss ich es halt so machen. Nein, was macht er denn? Achso. Bisschen heilen hier. Bevor ich gegen den Seelenfresser wieder antrete. Der mir wahrscheinlich... ...wieder in die Fresse haut ohne Ende. Wir kämpfen. Sie vernichten ihn. Bleiben immer konzentriert. Ja. Gut. War er wieder so ein hässlicher Rabe oder so ein normaler Rabe? Präsenz von Odin ist immer die ganze Zeit da. Der verdammten Raben. Okay. Das wird nicht einfach. Kann man ihn jetzt eigentlich schon angreifen? Nee, jetzt. Solange du da oben bist, reagiert er nicht auf dich. Ich muss erst mal hier so ein bisschen Sachen freiräumen. Gut. Auf geht's. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Okay. Er hat uns. Jetzt geht's los. Verdammt, daneben. Das hat er wieder zugemacht. Der macht gar nicht so einen Strahl wie der andere, ne? Also dem ist er auch nicht so, ja weiß nicht, schwer. Das ist echt nicht schwer. Ja. Okay. Kannst du es schaffen? Okay. Komm. Oh, was macht er denn? papakraft! Huuh! ja ja schon dabei bei der gegensatz zum anderen ist das ja echt einfach ok und wieder echt ein großes maul Was ist los? Jetzt kommt er doch nicht hin. Aua. Sehr schön. Komm. Bam. Zack, 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 zack. Hau dir aufs Maul. Ah, fuck's. Doch, noch nicht tot. So, danke. Und das war's, sowieso. Hm, okay, er hört Resistenz gegen Brandschaden. Oh, oh, das ist gut. Wenn ich nochmal gegen so einen Seelenfresser kämpfen muss. Glaub es, du wirst sterben. Oh, episch. Ach so, das ist der Ring. Ja, den muss man ja sowieso abgeben. Grüner Ring. Zwerg. Die alten Mist. Aber wo ist der Restwache? Wo ist wahrscheinlich Asche? Der Seelenfresser. Wir sollten das hier zu Brock bringen. So, jetzt öffnen wir erstmal die Kiste. Ah, jetzt haben wir da wieder Neues Geiles gekriegt. Boah. Ist auch ein geiler Move hier. Woosch. 35 Sekunden abklingt Zeit. Könnte vielleicht sogar besser sein als den, was ich hab. Und... Okay. Der... Äh, ja. Ach so, das ist... Äh, okay. Aber der hier hat 35. Der hier hat... Auch 35. Ist aber im Schaden besser, der hier. Den wollte ich sowieso auch verbessern. Was da dann noch ein bisschen mehr Frostschaden macht. Macht schon Sinn. Habe ich jetzt auch zum dritten Mal verbessert und geht nicht mehr. Das hat mich voll viel gekostet, verdammt. Egal. Naja, was soll's. Kann man die auch nachher noch wechseln? Wer weiß. Man auch die Klinge nicht wechseln kann.